ja kommt leute wir müssten mal einen tank auswählen noch mal damit jeder tod bedeutet also doch heiler haben wir ja was hier mit shadow ja doch ganz gepickt ist das ist richtig ah der hat einen tank wir brauchen wir noch im nächsten jahr kommt der nächste da ignoriert alles Das ist damit, ja... Erinnere dich an diesen Augenblick. Einfache Geomete. 5, 4, 3, 2, 1, 2 und 3... Schau! Oh. 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 Ah scheiße. ist das euer ernst wo ist unser scheiß Tank? gute frage ja komm was soll ich denn da machen alter das team ist schon wieder scheiße die einen sind da die anderen sind da alles alles auseinander ich komm ja gar nicht weg ja ich weiß was du sagst was f*** das hängt was wollte ich auch nicht sagen ja wir dreiden wir sind leider nicht für eine eine der die drei die drei die drei die 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 auch verpasst mich jetzt wieder was macht unser nix ich muss für heilung immer immer zurück ins bonn laufen weil der heiler nichts macht was wie ich war weit weit genug weg ich bewege die fahrer ach scheiße ja ich hab recht ab hier recht auf der heilung ein alti mit auf ja mein altis mitte mitte es unsichtbar ist ja wenn du als der mit kraft ja fertig auch mir auch was jetzt ziemlich einsam ja was soll ich denn da machen alter ja das bringt mir jetzt was zum nächsten schade ja ich bin ja 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 komm mal da fair ja 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 ich bin 10 ach komm digga kommt er noch einmal her ich muss meinen namen wenn ich mich doch man Der Healer ist direkt neben mir, man. Ich weiß, der Healer macht nix. Jetzt weißt du, wem ich da auch auf Türe. Oh, er hat mich gehalten, oh mein Gott. Hey, keine Begleitung. Was? Die reißende Kraft. Ich bin tot. Wow. Ich muss grad noch mal Ulti einsetzen. Alter. Highlight des Spiels. Ja, er hat das. Ja. Kann man die Leute melden nochmal? Ja. Ja, ich hab zweimal gespielt. Du solltest mir besser nicht in die Queeren kommen. Ahem.